Folge Deiner Herzlinie, sie weiß alles über Dich. Willst Du wissen, welche Persönlichkeit tatsächlich in Dir steckt? Was sind Deine Stärken und Schwächen? Und wie steht es um Dein Schatten-Ich, also jenen Teil unseres Charakters, der verborgen bleibt und trotzdem eine wichtige Rolle spielt? Die Kunst des Handlesens kennt die Menschheit schon sehr lange. In den frühen Hochkulturen, im Ägypten der Pharaonen und im Mesopotamien zum Beispiel, waren Menschen, die es beherrschten, hoch angesehen. Inzwischen ist es leider ein wenig in Verruf geraten. Dennoch möchten wir uns in unserem heutigen Video der Herzlinie und ihrer einzigartigen Botschaft widmen. Wenn Du Deine Handflächen betrachtest, ist sie jene lange und deutlich ausgeprägte Linie, die an der Handkante beginnt und unterhalb Deiner Finger endet. Je nachdem, welchen Verlauf sie nimmt, gibt diese Richtung den Kurs Deiner Gefühlswelt und spirituellen Gesinnung an. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. In Dir steckt eine smarte Persönlichkeit mit einem hervorragenden Urteilsvermögen. Da Dir vieles spielend leicht gelingt und scheinbar in den Schoß fällt, neigst Du dazu, die Welt als Deine Bühne und vieles für selbstverständlich zu erachten. Nimm Dich mit dieser Überzeugung ein wenig zurück. Es kommt auch nicht darauf an, wie viel Geld und Gut jemand besitzt, denn auch davon lässt Du Dich manchmal nur allzu gerne blenden. Du tendierst dazu, um jeden Preis dazugehören zu wollen. Dabei sind es gerade Menschen wie Du, die die Welt zu einem bunten und vielfältigen Ort machen könnten. Du müsstest dafür nur aus Deinem Schatten ins Licht treten. Unter diesem Widerspruch hat Dein Selbstvertrauen manchmal ein wenig zu leiden. Einerseits bist Du jemand, der sich beim morgendlichen Blick in den Spiegel ernsthaft fragt, was kostet die Welt? Andererseits ist es Dir unangenehm, nicht der Norm zu entsprechen. Einige Deiner Mitmenschen wirken wie Magneten auf Dich und Du möchtest so sein wie sie. Aber denk daran, angepasste Leute, die mit dem Mainstream schwimmen und mit den Wölfen heulen, gibt es schon genug. Sei lieber anders und Du selbst. Nummer 2 Deine Herzlinie endet zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Du bist ein sehr herzlicher, fürsorglicher Typ, der das Wohlergehen der anderen immer im Auge behält. Für Dich gibt es nur ein Wir, Dein Ego bleibt im Hintergrund. Allerdings bringt es diese altruistische Sichtweise leider mit sich, dass Du in Sachen Zuneigung und Liebe immer wieder leer ausgehst. Du gibst und gibst und gibst. Und zurück zu Dir kommt im Gegenzug nur sehr wenig. Das unterscheidet Dich von den sogenannten Gutmenschen und modernen Heiligen. Du hättest nämlich absolut nichts dagegen, auch mal ein Stück vom großen Liebeskuchen abzubekommen. Doch die Menschen, die Du triffst, wollen nur von Dir geheilt, gehegt und gepflegt werden. Sie suchen Hilfe und Unterstützung bei Dir. Aber sie sind als Partner nicht geeignet. Dafür musst Du Ausschau nach einer starken Persönlichkeit halten, die Dich beschützen kann. Und das unglücklicherweise manchmal auch vor Dir selbst. Deine Nächsten, die bist uferlos, wenn niemand darauf achtet, sie in gesunde, verträgliche Bahnen zu lenken. Du würdest Dein letztes Hemd für andere verschenken. Und das wäre definitiv zu viel des Guten. Nummer 3 Deine Herzlinie endet unterhalb des Zeigefingers Die Liebe wird groß geschrieben in Deinem Leben, auch die körperliche. Du bist ein ausgesprochen sinnlicher Mensch, der sich wohlfühlt mit seiner Sexualität und Partnerinnen und Partner braucht, die das ebenso tun. Das Leben ist für Dich eine durch und durch genussvolle Angelegenheit, die Du mit allen Sinnen erforschen und entdecken willst. Gilt es, Entscheidungen zu treffen, wird bei Dir stets das Herzigen, niemals der Verstand. Deine Intuition ist sehr ausgeprägt und irrt sich nie. Wer Dir begegnet, wird spontan fasziniert von Deiner Ausstrahlung und Deiner magischen Anziehungskraft sein. Du bist ein charismatischer Typ, der mit Scham, Humor und einem bestechenden Selbstverständnis punkten kann. Wenn Du liebst, geschieht dies mit allen Sinnen. Und nicht selten kommt es dabei zu einem regelrechten Inferno der Leidenschaft. Wenn Du hast, sollten sich die Menschen, denen Dein Zorn gilt, besser warm anziehen. Du machst keine Kompromisse in keinem Bereich Deines Lebens. Für Dich gibt es nur alles oder nichts. Das ist wahrscheinlich die ehrlichste Art zu leben. Aber nicht alle Menschen können damit umgehen. Nummer 4. Deine Herzlinie endet zwischen Daumen und Zeigefinger. Du bist das, was man einen selbstlosen Menschen nennt. Alle Deine Absichten sind ehrlich und aufrichtig. Bewusst schaden würdest Du niemandem. Ein Leben im Einklang mit Deinem Gewissen ist Dir besonders wichtig. Eher würdest Du den eigenen Nachteil in Kauf nehmen, als gegen Deine Überzeugungen und Werte zu handeln. Menschen wie Du sind ein seltenes Gut. Bedauerlicherweise werden sie jedoch oft ausgenutzt und belächelt. Deine Berufung findest Du in einem sozialen Beruf oder einem Ehrenamt. Dort kannst Du Deine Liebe zu den Menschen 24 Stunden täglich unter Beweis stellen. Unter Umständen sogar bis hin zur völligen Selbstaufgabe. Du verstehst nicht, warum nicht alle Menschen so fürsorglich und mitfühlen sind wie Du. Am Elend der Welt und der Kälte mancher Leute könntest Du schier verzweifeln. Du verträgst es nicht, wie achtlos wir mit Artgenossen, Tieren und dem Planeten umgehen. Not, Zerstörung und blinder Hass gehen Dir sehr, sehr nahe. Du nimmst sie persönlich, auch wenn sie gar nicht gegen Dich gerichtet sind. Das alles ehrt Dich sehr, aber es macht Dir Dein Leben schwerer als nötig. Unser heutiges Fazit Ein Hoch auf die Herzlinie Sie verbindet mehr, als sie trennt. Die Kunst des Handlesens fasziniert uns Menschen schon seit Alters her. Was früher hoch angesehen war, ist heute maximal ein Party- oder Jahrmarktsgag. Doch was wäre, wenn die Linien unserer Handflächen tatsächlich die Wahrheit über uns verraten? Die Herzlinie wäre dann eine unermesslich wertvolle Quelle an Informationen. Sie ist zuständig für Emotionen und Spiritualität und sagt daher so einiges über unseren Charakter und unsere guten und schlechten Eigenschaften aus. Je nachdem, wo sie endet, kann dieses Zeugnis günstig oder weniger günstig für uns ausfallen. Mach den Test. Es schadet nicht, sich selbst ein wenig besser kennenzulernen. Die Chancen, eine interessante, neue Bekanntschaft zu machen, stehen über die Maßen gut. Dafür legen wir die Hand ins Feuer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!